Happy Birthday, Anu Anu. Happy Birthday, Ranjan Kumar. Happy Birthday, Derya Kumar. Happy Birthday, Imdadul Islam. Happy Birthday, Nicole Bussewitz. Und ich spiele heute mal wieder Free Fire Max. Und, ja, BR Ranking. Weil ich möchte besser werden. Viel Spaß. Mir ist gerade eingefallen, ich habe eigentlich geschaut, was für Charakter gewesen ist. Battle Royale, Battle in Style. Und übrigens musste ich nochmal alles unter Runterschmeißwelle installieren. Deswegen ist hier alles ein bisschen anders. Ich hoffe, der Zaun passt. Und ich hoffe, die Aufnahme passt auch. Komm, wir fliegen zur Sporthalle. Es wackelt ein bisschen. Ein bisschen Lebenssicht. Okay. Okay. Die habe ich. Na, kann ich nicht so gerne. Oh, das gerade ist logisch besser. G-36 ist auch cool. Aber ich sage, oh, die P90, die finde ich, glaube ich, noch besser. Ein Tinnister Shop. Ich bin wirklich schlitzend. Oh, das ist gut. Ich bin wirklich schlafen. Ich bin wirklich schlafen. Oh, das ist gut. Ok, jetzt können wir uns den einmal kaufen, und die beiden Freien passen, ach, das war's, mehr brauchen wir nicht. Ich hab zwar noch 100, so wenig Schaden nur, jetzt noch einmal, und da unten ist er. Ok, nicht viel genommen. Da ist auch ne Kiste. Okay, das war's. Erfüllte. Eines gar 3. Ich glaube, da waren wir ein anderes Schauschützengewerb. Oh, wir sind einfach 24. Ja. Mal gucken, ob ich was ich abschmeißen kann. Ja. 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 Ja, ja. Die rühren wir uns. Kann durch der Kiste schießen? Ist doch nicht. Aus, spinnt wieder rum. Ah. Jawoll! Alles geschafft. Und jetzt... Kurz gucken. Gehen wir mal kurz da hin. Oh. 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 war ich ganz gut gewesen nur ich hab da ein paar rucker gehabt in spiel internet soll angeblich besser sein mit einer fritz box fahrt sich so eine vodafone box jetzt habe ich eine fritz box bislang ist es aber noch nicht so schauen wir beim nächsten spiel ich bin gespannt ok die zweite runde vergangene battle royale battle in style fünften spieler das ist schwierig da musste ich gleich hier untergehen Und sofort wie ein Verrückter drauf los war, wenn ich ihn sehe. Aber ich gebe alles gut, ich gebe alles gut. Wer hat einen Schlüssel? Dann gehen wir mal in diese Richtung. Ich habe noch 6 Minuten Zeit. So, um einen da drinnen. Hat sich da drinnen was bewegt? Nee. Zieh nichts bewegt. Lass die Scheiß bei der Quest. Man weiß nicht, wo die Leute sind. Einmal kurz verputtern hier. Schon frei. Nur 40 Sekunden. Einmal die NPCs rufen. Oh. Okay. Mach die Tür auf. Das ist ein Rucksack hier. Ja. Perfekt. Okay. Haben wir das. Und die will ich weg haben. Schrotkonte. Das war auch nice. Okay. Ein Korn. Jawohl. Na lieber. Scar. M1014 war doch auch eine Schriftflinte oder nicht? Ja. Es war eine Schriftflinte. Warte. Ach der die vor allem an Seite genommen. Scar. Okay. Und noch eine Scar. Jetzt einmal kurz die Taschen lernen. Mit die Sachen die ich nicht mehr brauche. Dann brauche ich noch ein bisschenes Objekt. Einmal da meine Stadt rein. Da muss man jetzt munizieren. Die brauche ich nicht unbedingt. Da muss man jetzt munizieren. Ich habe noch nicht einen gesehen. Die Zeit ist gleich vorbei. Ich bin gerade wieder ein bisschen runter. Jetzt gehts wieder. Oh guck mal da. Was haben wir denn da? Einmal her. Ich wollte aus dem Ding ausgehen. Zum Geschäft. Ist doch auch hier drin oder? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da warst du. Hey. Da. Oh. 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 Okay. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Kampfwaffe. Oh, Mist. Das ist ein Objektiv. 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 Ähm. R desejar. 2. 3. 4. Räubition. Das ist gut. Verd trim круг exaktiv. Gut. Der schießt auch auf mich. Wo ist denn der? Hm. Oh, links drin ist einer. Oh Gott. Killing Spree! 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 Also es ist auch ein MPC Also ich glaube ich hatte in beiden Runden nicht ein Piz... äh ein PC ein PC, ein KI, ja Killing Spree! Ich glaube ich hatte in beiden Runden nur ein Verspiel... und kein... naja... Was ist denn das? Schauen wir mal... Schauen wir mal... Ich bin immer noch heroisch 1 Alles mit der M249 gemacht... 17 Kills... 3.304 Scharen... Ja... Gut... Darf ich mal sagen... Dankeschön fürs Zuschauen... Ich würde mich freuen... Wenn ihr mal nicht dabei seid... Bis dann wünsche ich euch viel Spaß... und auf Wiedersehen... Danke... Dankeschön...